Freunde, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ich bin hier im Park mit Yasin, Yasin. Hallo, Söhle. Hallo. Hallo. Guck mal. Nein, guck hier hin und sag Hallo. 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 Freunde, unsere Burg ist fertig. Kaputt? Wie kaputt? Willst du kaputt machen? Kaputt? Okay, mach kaputt. Hallo. Ey, wie komme ich hier wieder runter? Nein. Du schenkst ihn dann. Nein. Ich bin hier im Auto, gehe jetzt einkaufen, weil wir daheim nichts haben. Eltern und Yusuf sind ja noch in der Türkei und unser Kühlschrank ist leer. Komplett leer. Deswegen gehe ich jetzt einkaufen und ich nehme euch mal mit, so lange zeigen wir Yusuf, was Yusuf gerade macht, okay? Wir switchen mal rüber zu Yusuf. Freunde, was geht ab? Erster Tag ohne die zwei. Ey, das ist schon, ich muss zugeben, schon langweilig. Ich bin noch im Dorf. Heute fahren wir wieder nach Nieder und gehen da ab. Hoffe ich. Wow, wow. Tante, ey. Wir sind wieder im Auto, haben schon eingekauft. Es regnet einfach, wir sind so nass geworden. Ja, wir gehen jetzt noch kurz zu Aldi oder Kaufland oder Rewe oder Penny oder was weiß ich was. Kaufen da noch ein bisschen was ein und dann wieder nach Hause. Einfach leer, alles leer. Wir räumen das jetzt mal alles ein hier. Lachs für Emosh. Ey. Eier, Sucuk, Sosis. Dann habe ich die Chalaterie geholt und Peppabuni. Pasta drauf, verdammt. So, das war's. Ey, ich hoffe, hier ist Platz. Scheiße, das ist alles voll. Machen wir Taktik. Machen wir's auf. Machen wir's auf. Machen wir's auf. So weit. Perfekt. Schwer. Die Eier kommen hier irgendwo hin. Ich hoffe, hier. Gucken wir mal, was Yusuf macht, Alter. Ooi. Willkommen, Freunde. Bei mir. Ey, willkommen. In der Chikai. Wir waren im Dorf. Jetzt sind wir gerade in Nieder angekommen. Ey, meine Ohren sind zu. Die Straßen, die wir gefahren sind. Schlimm. Hallo. Also, Emrabe. Ich dachte, deine Tellings wurden geklaut. Hä? Die waren einfach unter dieses Schirm. Nicht, nicht drinnen. Unter. Ooi. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was geht ab? Was geht ab? Wohin fahren wir? Disneyland. Ey, die sehen mich das erste Mal mit einer Kappe, gell? Die sehen mich erst mal mit Brille. Ein bisschen Achterbahn fahren. Spaß. Europa-Park. Europa-Park. Ich hab kurz verwechselt mit Disneyland. Auf jeden Fall. Wir sind immer noch ohne Yusuf. Wir holen den übermorgen ab, gell? Wollen wir mal kurz gucken, was er macht? Switch mal kurz zu dem rüber, okay? Ja, okay. Lass mal kurz gucken, was er macht. Yusuf, zeig mal kurz, was du machst. Ooi. 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 Hallo! Was? Ich zeig euch jetzt mal was. Soll ich dir auch was zeigen? Wie ehrenlos! Digga, ich war das nicht! Genau der war das. Viele holen doch immer rum wegen Kontaktlinsen, gell? Hör mal auf jetzt! Was machst du hier? Ich muss es drin lassen, gell? Ich lass es drin! Dann putzen, ich werde an dich reden. Ich zeig euch wie schnell das geht, ok? Hör mal auf jetzt! Wer furzt die ganze Zeit? Guck mal jetzt! Digga, mach das wenigstens aus. Nummer 2. Das war's? Fertig! Das ist hochgerutscht. Nein, das ist drin! Vorher Hände waschen! Ich hab Hände gewaschen, ihr habt es nicht gesehen. Nein Freunde, wascht euch nicht eure Hände! Doch, safe! Ey, wo ist dort draußen ein Müll? Ah! Sei ehrlich, nach was riecht es jetzt? Riech mal! Ich atme grad nicht ein. Nach Knoblauchwurst! Wir sind jetzt angekommen im Europapark. Wir fahren jetzt Achterbahn! Mit dem Emre! Spaß! Lass den Leuten mal zeigen, was für Europapark Suchtis wir früher waren. Wir waren jedes Jahr hier. Burad, welche ist die längste Achterbahn? Die längste? Ja, in Europa. Die längste ist Dings, äh Silvester. Nein, ist es die längste oder die höchste? Die höchste, die höchste. So, wie heißt die Holzachterbahn? Was hast du gemacht, Digga? Sag doch, wie die heißt! Was hast du vergessen? Wie heißt sie nochmal, Voda? Hä? Adam, 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 Adam! Ja, auf jeden Fall, äh, wie heißt die Achterbahn, die sich dreht? Die sich selbst dreht? Ja, ja, Euromir. Dann gibt es noch Eurosat, zwei Wasserachterbahnen, äh, einmal, Poseidon und Atlantica. Atlantica. Aber was ist die beste? Wildwasserbahn. Wildwasserbahn. Was macht man dort? Man geht einfach aus Schien. Oh, und Rafting ist auch immer gut. Rafting. Ja, ja, Mann. Wir laufen jetzt rein, ich muss kurz mein Ticket raus holen. Zeigst du Anne? Ja. Ach so, okay. Hi. Das ist keine Pathetic? Bitte? Haben sie gescannt für... Ja, ja, wir haben gescannt alle, ja. Einer hat gescannt? Ja, ja, alle, einer für alle. Alle für einen, einer für alle. Die erste Achterbahn Silvester. Ey Freunde, der hat einfach Angst. Warum hast du Angst? Weil ich mit Maske fahren muss. Ich sehe vor, ich war, okay? Diese Maske geht so in deinen Mund rein und du verschlupst dich. Du wirst keine Luft mehr. Ja? Ja, das ist halt so. Und dann schlüpst du dich fertig. Punkt. Die Handys, die runtergefahren sind von der Achterbahn. Aber sieht nicht schon aus. Oiii. Freunde, die dritte Achterbahn jetzt. Die ersten zwei haben wir nicht gefilmt, weil Emre Angst hatte. Jetzt nass werden. Wuuuuh. Was Achterbahn oder was? Ey, Bild machen wir alle so. Hey, so nass werden jetzt, oh mein Gott. Hey, alles klar bei dir. Hey, 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 hey. Wuuuuh. Okay, ey, geht's runter? Geht's runter? Hier ist noch locker, hier ist noch locker. Okay, warte jetzt, 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 jetzt. Ey. Ah, der hat die Kamera fest. Junge, schaff den. Okay, wo werden wir nass? Werden wir jetzt hier nass? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Hier werden wir komplett nass, ich schwöre. Servus! Keine Ahnung, wo wir sind, aber ja. Nein, nein, nein. Nein, nein. Hey, drehe dich doch, drehe dich doch. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, komm, du, du wirst das. Oh ey, was soll das? Ne, ich werde nicht. Ey, lass mal jemanden überholen, lass mal versuchen. Einmal zu mir, einmal zu euch. Nein, 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 nein. Komm, meine Tasche. Nein, nein, nein. Hey! 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 Ciao, Emir! Keine Ahnung. Habibi, die Maske über die Nase, auf. Oh, der schläft einfach. Hallo. Da werden wir jetzt drauf gehen, sag einfach. Da gehen wir jetzt drauf. Let's go, Ale. Mach zu, diese... Mach zu, mach zu. Habibi, ist zu, diese... Bei mir guckt niemand. Oh, oh. Ich hab mies gefühlt. Ich kann nicht verleten. Während der Fahrt ist das aufstehende Abbau. Mach Fuse, mach Fuse. Oh, mach der Bier. Oh, mach der Bier. Ey, warum fährst du das? Jawohl, Ale. Ey, spring runter. Spring, spring runter. Spring runter. hashes Rhode Island. Woaw! 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 Nein, nein. Nein, nein! Am Hotel-Pool haben wir genau das gleiche gemacht. Ey Freunde, es geht weiter. Was geht ab? Alles klar, du bist in meinem Videotrip. Ey jetzt, ihr Bild, mach alle Dings. Mach irgendwas einfach. Hey, 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 was machst du hier? Oh, wey, oh, wey, oh, wey, oh, wey, oh. Hey! Ich hab ganz von euch das gefurzt. Hey, wie merkst ihr es so schnell? Ich hab grad eben gefurzt. Der sagt, wir haben gefurzt. Nach einer Sekunde. Nein, bitte! Ich scheiße, meine Schuhe. Mach bis. Zeig mal Peace kurz. Burak und ich challenge, wer länger hier stehen bleiben kann. Boah, der ist viel weiter. Boah. Boah. Ey. Ey, wo machst du denn ab? Ich war's da, ey. Ich hab gewonnen. Gib mal weg. Hey, Freunde, guck mal. Ich muss euch was erzählen. Guckt mal, wie alle hier Schlange warten. Und wie wir hier einfach durchspielen. Wir haben VIP, Leute. Wir haben VIP. Warte, warten wir. Ich bin da bei der ersten Reihe. Beste Schuhe Lass uns nicht dabei Ich bin aufgeregt Hattest du Angst? Ich hatte richtig Angst Jetzt war er überhaupt gar nicht wuselig Weißt du was gefehlt hat in diesem Geisterschloss? Leute die dich erschrecken irgendwie Ja so Kindergeisterschloss Aber einmal hat jemand hinten am Sitz geklopft Ja ich weiß aber du hast gedacht jemand hat an deinen Sitz geklopft Freunde das ist unser YouTube-Kollege Wir machen jetzt einen kleinen Stau Wir warten bis alle weg sind Warum geht es nicht voran? Ich weiß nicht Ich komme schon raus Denkst du du bleibst stecken oder was? Ja Junge ich komme Nein Geh du Achso ich komme hier hoch Digga Ey Das ist eine riesige Rutsche gell? Ich muss hier runterrutschen Ja auch Wir haben jetzt schon 18.30 Uhr Wir gehen gleich nach Hause Das ist jetzt unsere letzte Fahrt hier Und wie war's? Gut Hat Spaß gemacht Hat Spaß gemacht Ja Mann Ey Ey Bleib mal ruhig Bleib mal ruhig Ey Ey Ich habe hier ein paar Früchte Bitte ein paar Früchte Nein 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 Maschine Jawohl Maschine Soll ich den Köpfe reinmachen? Mach mal Das ist geil Das ist meine Bräse Zeig meine Bräse jetzt Was geht denn ab? Was geht ab? Was geht ab? Machen wir jetzt mal Hey Freunde Das war's Wir sind jetzt draußen Hier red weißer Digga Wir sind draußen War ein schöner Tag Man fühle mich gar nicht Natürlich sieht man das Ich guck doch Guck doch mal wie überblick Guck doch mal die Sonne Was soll ich machen? Soll ich die Sonne verschwinden lassen Oder was? Nein anders filmen Aus einer anderen Perspektive Wie so eine Frau fährt der Wie so eine Frau fährt der Was willst du damit sagen? Können Frauen kein Auto fahren oder? Ja Freunde hier voreinander Einfach Stau Halbe Stunde Stau jetzt hier Was sagst du dazu? Freunde auf der A5 Unfall passiert Fahrt nicht durch die A5 Kommt nicht hierher WDR 2 coś H